Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Skorpion, heute könnte die Kommunikation mit einer der nahestehenden Personen zu einer Herausforderung werden. Ein Mangel an Klarheit in euren Interaktionen könnte zu Missverständnissen führen, die zwar zunächst unbedeutend erscheinen, aber im weiteren Verlauf zu Spannungen und Meinungsverschiedenheiten führen können. Es ist wichtig, dass du allen, mit denen du zu tun hast, deine Absichten und Gedanken kristallklar darlegst. Wenn jemand etwas, was du sagst, falsch interpretiert, ergreife sofort die Initiative, um eine genauere Erklärung abzugeben, um Missverständnisse zu vermeiden. Klare und ehrliche Kommunikation ist der Schlüssel zu harmonischen Beziehungen, daher solltest du dich bemühen, dass deine Worte so verstanden werden, wie du sie meinst. Dein mitfühlendes Wesen und deine aufgeschlossene Persönlichkeit könnten dich dazu inspirieren, dich ehrenamtlich zu engagieren oder Freundlichkeit zu zeigen. Denke daran, dass es das ganze Jahr über Möglichkeiten gibt, Bedürftigen zu helfen, und dass sie nicht auf bestimmte Anlässe beschränkt sind. Erkenne diese Seite von dir und den echten Wunsch, einen positiven Einfluss auf das Leben anderer zu haben. Wenn du Freunde hast, die deinen Enthusiasmus teilen, könnt ihr gemeinsam einen Freiwilligendienst planen. Die Möglichkeiten, deiner Gemeinde und den weniger Glücklichen etwas zurückzugeben, sind zahlreich, und du wirst es vielleicht schwierig finden, dich zu entscheiden, worauf du deine Bemühungen konzentrieren willst. Der Energieschub, den du in den letzten Tagen erlebt hast, könnte allmählich abklingen. Akzeptiere diesen Tempowechsel und erkenne, dass er das Beste für dich ist. Wenn du so weitermachst wie bisher, könnte das zu einem Burnout führen, deshalb ist es wichtig, dass du dir eingestehst, dass du langsamer werden musst. Gönne dir die Möglichkeit, dich zu erholen, denn das wird deinem allgemeinen Wohlbefinden zugutekommen. In deiner Liebesbeziehung kann es sein, dass du einen Tag erlebst, an dem sowohl du als auch dein Partner eine emotionale Distanz erleben. Eine kritische oder konfrontative Haltung ihm gegenüber wird die zugrunde liegenden Probleme jedoch wahrscheinlich nicht lösen. Anstatt zu versuchen, ihn oder sie auf seine oder ihre Fehler aufmerksam zu machen, solltest du dir einen Moment Zeit nehmen, um dich selbst zu reflektieren. Überlege, ob es Bereiche gibt, in denen deine eigenen Handlungen oder Einstellungen zu der emotionalen Distanz zwischen euch beiden beigetragen haben. Anstatt dich auf Kritik zu konzentrieren, solltest du dich bemühen, eine einfühlsame und verständnisvolle Beziehung zu deinem Partner aufzubauen. Ein wenig Freundlichkeit kann viel dazu beitragen, emotionale Gräben zu überwinden und euch einander näher zu bringen. In dieser Woche ermutigen dich die kosmischen Energien dazu, dich auf eine tiefgreifende Reise der Selbstfindung zu begeben, besonders in Herzensangelegenheiten. Auf der Suche nach einer idealen Beziehung ist es wichtig, dass du dir über deine Wünsche und Erwartungen im Klaren bist. Genauso wichtig ist das Bekenntnis zur Authentizität, die die Grundlage für dauerhafte Beziehungen bildet. Vermeide es, deine Werte zu kompromittieren oder dein wahres Sich zu verbergen, um in die Form eines anderen Menschen zu passen. Nimm deine Einzigartigkeit an, kommuniziere offen und ehrlich und suche ein harmonisches Gleichgewicht, das es dir ermöglicht, selbstbewusst deine Wünsche zu verfolgen und in deinen Beziehungen authentisch zu bleiben. Die himmlischen Konstellationen führen dich zu einer Liebe, die nicht nur deine Individualität anerkennt, sondern auch deine tiefsten Sehnsüchte erfüllt. Heute bildet die Sonne in der Jungfrau eine harmonische Verbindung mit dem rückläufigen Pluto im Steinbock und schafft damit ein ideales Umfeld, um entschlossen zu handeln und deine Wünsche zu verwirklichen. Der rückläufige Pluto gibt dir die Kraft und die Ausdauer, die du brauchst, um deine persönlichen Ziele in die Realität umzusetzen. Selbst wenn du mit Herausforderungen konfrontiert wirst, gibt dir diese kosmische Ausrichtung die Kraft, durchzuhalten und vorwärts zu gehen. Bewahre dir ein unerschütterliches Selbstvertrauen, bleibe entschlossen in deinen Bemühungen und vertraue auf deine innere Stärke, um Großes zu erreichen. Wenn du weiterhin an dich und deine Fähigkeiten glaubst, bist du auf dem besten Weg, deine Ziele zu verwirklichen. Dies ist eine Zeit, in der du an deinem Glauben festhalten und deine Ziele mit Entschlossenheit und Zuversicht verfolgen solltest. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Hierophantenkarte steht für Tradition, Spiritualität und die Führung durch einen Mentor oder eine Institution. Diese Karte deutet darauf hin, dass du dich heute vielleicht dazu hingezogen fühlst, Weisheit und Führung von traditionellen Quellen oder Institutionen zu suchen. Sie steht für eine Zeit, in der du nach Antworten in etablierten Lehren suchst oder den Rat eines vertrauenswürdigen Mentors einholst. Der Hierophant ermutigt dich, deine Werte und Überzeugungen zu ehren und gleichzeitig offen dafür zu sein, von denen zu lernen, die einen ähnlichen Weg vor dir gegangen sind. Er erinnert dich daran, dass die Weisheit in der Tradition und den Lehren anderer zu finden ist. Zusammen mit dem Hierophanten haben wir das Ast der Münzen. Diese Karte steht für eine neue Chance auf finanziellen oder materiellen Reichtum. Sie steht für eine Zeit des Wohlstands, des Wachstums und für das Potenzial eines Neuanfangs in deinem materiellen Leben. Das Ast der Münzen lädt dich dazu ein, diese Chance zu nutzen, indem du praktische Schritte unternimmst, um deine Ziele und Wünsche zu verwirklichen. Es erinnert dich daran, dass Erfolg durch Hingabe und harte Arbeit erreicht werden kann. Als letztes haben wir die Königin der Stäbe. Diese Karte steht für Selbstvertrauen, Kreativität und ein starkes Selbstbewusstsein. Sie steht für eine Zeit, in der du dein inneres Feuer umarmen und deine Ziele mit Leidenschaft und Entschlossenheit verfolgen kannst. Die Königin der Stäbe ermutigt dich, an deine Fähigkeiten zu glauben und mutig und selbstbewusst an deine Vorhaben heranzugehen. Sie erinnert dich daran, deine Kreativität zu nutzen und sie als Quelle der Inspiration einzusetzen. Zusammen bilden der Hierophant, das Ast der Münzen und die Königin der Stäbe eine Kombination aus der Suche nach Orientierung, dem Ergreifen neuer Möglichkeiten und dem Verfolgen deiner Ziele mit Zuversicht und Entschlossenheit. Mach dir heute die Energie des Hierophanten zunutze, indem du Weisheit und Führung von traditionellen Quellen oder einem vertrauenswürdigen Mentor suchst. Sei offen für Neues und achte auf deine Werte und Überzeugungen. Verkörpere gleichzeitig die Energie des Ast der Münzen, indem du die neue Chance auf finanziellen oder materiellen Reichtum erkennst. Ergreife praktische Maßnahmen, um deine Ziele zu verwirklichen und arbeite fleißig auf die gewünschten Ergebnisse hin. Schließlich kanalierst du die Energie der Königin der Stäbe, indem du an deine Fähigkeiten glaubst und deine Ziele mit Leidenschaft und Zuversicht verfolgst. Nutze deine Kreativität als Quelle der Inspiration und lass dich von deinem inneren Feuer leiten. Heute ist ein Tag, an dem du nach Orientierung suchst, neue Chancen ergreifst und deine Ziele mit Zuversicht verfolgst. Lasse dich von der Weisheit der Tradition leiten, arbeite fleißig an deinen materiellen Zielen und glaube an deine Fähigkeiten. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl der Zielstrebigkeit, des Überflusses und der Entschlossenheit bewältigen. Zielen. 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 Zielen.